Moins und Leute! Der Maik begrüßt euch wieder zu einem neuen Video auf dem Kanal hier. Und ihr seht richtig, der Star LC24 200 bekommt einen Bruder, nämlich den Star LC24 200 Color. Ich habe jetzt meinen ersten Drucker zufällig bei eBay gefunden, für 5 Euro mit Handbuch mit allem Drum und Dran. Eigentlich habe ich nur Ersatzteile gesucht. Das ist hier den Einzelblatt anzug, wo ja ein Teil fehlt beim 200er. Ja und dann habe ich gerade für 5 Euro den ja entdeckt. Einziger Nachteil ist, der Drucker befindet sich 60 Kilometer von mir entfernt in Grevenbräuch und da werde ich nachher hinfahren. Hier seht ihr Star LC24 200 Color mit Handbuch mit deutschem. Was wir auf dem ersten Foto gesehen haben. Und jetzt sehe ich gerade die Maus nicht. Ich bin blind. Ihr seht ihr, mit deutschem Handbuch. Ich hoffe, dass da auch die Schablone drin ist. Ansonsten wir nicht. Wir können ja eine Ersatzschablone aus dem englischen Handbuch machen. Und das ist er also an. Geht da. Bin mal gespannt, ob der druckt. Vermute ich mal. Und dann habe ich dann wirklich den Color Drucker, meinen ersten Drucker wieder da. Und dann müsste man gucken, ob es noch die Farbbänder für den Drucker zu kaufen gibt. Dann geht es dann nach nach Grevenbräuch. Und dann habe ich bald den Star LC24 200 Color wieder hier. Wir sehen uns dann, wenn ich Richtung Grevenbräuch aufbreche. Das wird dann eine kleine Zeitrafferaufnahme werden. Also bis dann. Ich muss eben noch die Batterien aufladen von der Kamera. Und dann geht das hier los. So, jetzt geht es los. Ab nach Grevenbräuch. Ihr seht jetzt eine Zeitraffaufnahme. Und wir sehen uns dann zurück, wenn wir da sind. So, jetzt geht es los. So, jetzt geht es los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja, ich würde sagen, wir treten den Heimweg wieder an. So, da müssen wir uns aber aufpassen. Jetzt wird es etwas staumäßig. So, es geht jetzt nach Hause. Wir sind von hier Gürnitzer. Wir sind Brandenbohrstraße, sind da gerade gewesen. Dass ich mich jetzt nicht täusche. Somit ist das DA-LC24-200 Colour wieder in meinem Besitz. Eigentlich nur zufällig. So, wir sind noch nicht weit weg vom Graz, weil da habe ich vorhin auf der Karte gesehen. Nee, aber ich fahre jetzt Richtung nach Hause, weil die Autobahn, die wird schon voller. Ach, ich sage, ich habe ja mal fast vier Jahre in Neues gearbeitet, deswegen kenne ich das. Und, gräben ruhig, schön, schön ländlich. Gefehlt mir. Warte mal, da kommt noch einer. Jetzt kommen euch die Nachrichten. So, erstmal leiser machen. Ich will euch nur hören, wenn ein Straßenverkehrspunkt kommt. So ein Bicker. Uh, ein Bus. Ein Mann. Ja, es geht ab nach Hause, sage ich. Ich stelle wieder auf fast vorwärts, auch die Wolken da hinten einmalig. Vorher gibt es eine Zeitrauffaufnahme. Ich werde wahrscheinlich gleich irgendwo nochmal die Sträucherfrischen machen. Aber die ist mal auf dem Rasthof. Die haben hier sehr viel umgebaut. Da war ich jetzt echt überrascht nach Kreuzström, das hier jetzt Bofahrt heißt. Wow, dreispurig. Ja, ich würde sagen, viel Spaß. Wir sehen uns dann spätestens wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Wir sehen uns dann. 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 Wir sehen uns dann, Wir sehen uns dann, Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann, 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 Und, Wir sehen uns dann, wir sehen uns dann, Ich bin wieder da. Wo ist denn der Baum? Der Baum ist da. So, wir sind wieder da. So, wir sind wieder da.